So, Fahrer bitte einsteigen. Wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter heute. Grüß dich Felix. Hi. Ich bin aufgeregt. Total. Ist heute ein bisschen Aufregungstag? Heute ist Aufregungstag. Warum? Schon nicht. So schönes Wetter. Echt? Oder? Besseres Wetter kann man nie haben. Nein, besseres hat er wird es nicht. So, einen wunderschönen. Was haben wir denn heute? Den einzigen waren Felix Arnold. Wie er live. Diese Kamera, schon wie ich den Heidelau gehabt habe. Lieben wir. Und ich würde sagen, der Kameramann ist heute der Beste. Und der kratzt dich heute irgendwie. Ich glaube, den juckt es heute an. Ja, du musst den Partner langsam abfragen. Ja, da sind wir der Meinung. Wenn ihr die Dinger haben wollt, die sind nicht erhältlich. Die sind Limited Edition. Na, Franky? Oh, danke schön. Was gab's hier? Ja, da gibt's hier Döner und so. So Felix, du stehst hier mit deinen zwei besten Mitarbeitern. Ja, klar. Kurzes Statement zu den Beten. Gibt's hohe Nachteile, wenn man die hat? Es gibt hohe Vorteile, wenn man die im Team hat. Ja, egal, 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 egal. Justin Polnick No me importa lo que debes seguir